Herr Rossi Andere können alles haben, können sich an feinstem lahmen und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben. Das wäre Herr Rossi's Glück, das wäre mehr als nur ein Stück, doch ihm fehlt ein Stück von Höhe. Ach ja, es ist spät geworden Gaston, ach ich bin sowieso nie gern bei Nacht gereist und weißt du heute Abend gibt es einen Film im Fernsehen. Hey du Gaston, was hab ich dir gesagt, was du zu tun hast, wenn sein Tor quietscht? Soll ich erst die Peitsche holen? Ach ja, so hat jeder seine Aufgabe, du musst eben bellen. Gute Nacht mein Freund, bis morgen. Es bleibt alles beim Alten. Und so sucht Herr Rossi weiter. Er besteigt die Stufen weiter, dieser lange, lange Leiter.